Oh, ich hab dich gar nicht gemerkt. Valera, Vadik hat gute Nachrichten für dich. Forchpa.de, bester Online-Outlet, super Preise, beste Rabatte, größte Auswahl. Link ist in der Beschreibung, geh und hol dir was Geiles. Hallo, neues Rabatt? Ich bin gleich da! Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Vadik Junger und heute ist ein großer Tag für mich. Heute zum ersten Mal werde ich Onkel von Beautiful kennenlernen und ich werde ihm unsere Villa zeigen, mein Zuhause. Es wird bestimmt super stolz sein. Mein Baddeck kommt bei der Räbster Schwiegersohn. He-he. Das ist Dead Love Onkel. Dieser Baddeck, YouTuber, bester, Reisch, Hasge, der beste. Bester Schwiegersohn für alle auf der Welt. Deine Auto? Nein, das ist ein Schrott-Auto. Vadik hat das besseres Auto. Ein Tourist. Hey wow, so Reisch und Reuter in der Räbster Zone. Ja, für deine nicht beautiful, Vadik wird der beste E-Mann sein. Ich habe gesagt, und ich habe es gemacht. Du hast ihn gemacht. Ja, du hast ihn gemacht. Super. Ja, ja. Bist du bereit? Oh, ich bin bereit. Du, ja, der Vogel. Nur russische Leute haben das Vogel. Oh mein Gott, Badek ist der Beste auf der Beste in der Beste in Deutschland YouTuber. Ich weiß, wenn er die Wiele sieht, dann rastet er komplett aus. Aber warum? Deine Diener. Ich bin dein Diener. Ich habe die nach Hause gelassen. Ich will nicht. Warum sollst du diese Bastarde angucken? Sie sollen arbeiten. Aber ich nehme das ab jetzt. Ab jetzt heißt meine Villa La Beautiful. So schön. Für deine Nichte. Das ist das beste Haus. Ich verstehe nicht. Ach so, hinten. Wir gehen rein. Bei uns, weißt du, ich stelle mir vor der Tür. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Mein Haus ist dein Haus. Oh, danke schon, danke, danke. Erstmal, ich habe das Gedenken, er mag mich verarschen. Aber hier lebt der Batra, weißt du? Der Batra normal, der lebt hier so. Ich bin gespannt vor der Villa, vor das Haus, vor der ganzen Autos, der ganzen Aris. Ich bin gespannt. Das ist nur der Anfang. Unser Schlafzimmer und Wohnzimmer, alles zusammen. Hier schlafen wir mit Beautiful. Hier schläft Baby Walzig. Und das ist ein Geschenk für dich. MP3-System, Audiosystem. Das ist deins. Du magst mir verarschen. Oh, YouTuber! Prank! Oh, du bist russisch! YouTuber, mach mir Prank! Ich bin YouTuber, ja, ja, ja. Wo ist der Villa? Wo? Hier? Nein, hier ist die Villa. Nein, du magst mir verarschen. Nein? Du sagst mir Villa! Ich verarsche dich nicht! Das ist wirklich... Hey, hey, hey! Wem redest du so? Du schreit mir? Sorry, Onkel. Ich bin nur kurz ausgerastet. Ja, das passiert mir. Kuss, du sagst mir Villa! Diese ist so... Du machst wie ein Otto, der Kofferraum. Guck, ich mach einmal so. Vorbei. Alle gesehen. Eine Villa. Zehn Zimmer. Toilette. Wo? Wo? Hier? So, ich mach so. Hier. Der kleine Junge, wo mag Spielen? Eigene Zimmer. Spielzeug. Beautiful. Ist eine beautiful Frau. A beautiful. Du gib ihr so. Du mag verarschen der Familie. Du mag Scherf von der Familie. Du hast gegeben. Von mir. Meine Familie. Du weh, ich bin sauer? Zack. Du weh, ich bin sauer? Der Onkel. Ich will nicht, dass du sauer bist, aber meine... Guck, ich hab... Hey, 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 guck mal. Wenn du ready. Mach mal. Einmal runter, bitte. Weil ich mag auch nicht. Mit dir obi ready. So laut. Ja. Okay. Wir haben hier Videosystem. Das hab ich für mein eigenes Geld gekauft. 10 Euro. Ich kann auch kaufen. Ist nicht 10 Euro. Diese kleine... Das ist nicht teuer. Das ist sehr teuer. Hey, hey, hey. Mach mal Huhe. Wenn du redest mit mir, mach mal runter. Da losstecken. Setz dich hin. Probier mal wie weit. Probier mal. Ich kann es nicht sehen. Ist zu klein. Keiner Prass. Meine eigenen Schuhe. Du seh diese Schuhe? Diese Schuhe braucht diese Prass. Ich hab's Gedanken. Ich komm. Der Dina singt eine Musik von mir. Ich komme, ich komme. Aber nein, warum? Afrika ist sogar Reise. Es kann nicht wahr sein. Ich zeige dir Küche, komm. Wo Küche? Hier Küche. Ich bin sauer. Ich bin sauer. Hörst du mir verarschen? Einfach. Hörst du mir manchmal meine Saal verschwenden? Nein. Es kann nicht wahr sein. Ich bin sauer. Weisst du, er hat nur Glück, dass er Onkel ist von meiner Beauty, sonst wäre ich indirekt. Wer hat Glück? Wer? Guck die Küche, hier. Hier ist ein Herz. Das ist übrigens für dich ein Geschenk. eine Pfanne. Ich weiß, du liebst das. Hier, nimm. Und hier kocht sie. Guck. Welche? Guck, hier ist ein Tert. Sie kocht hier Brett. Und manchmal, warte, sie kommt so von hinten. Hä? Komm hinter wo? Komm hinter wo? Ah? Ich hab dir gesagt, wenn du redest von meiner Nächte, bist du eckerisch? Du redest so von mir. Nein, sorry. Meine Nächte, du fass an. Nicht verheiraten. Ihr habt Kinder gemacht. Diese Scheiße. Dieser kann Respekt. Von mir hast du gesagt, okay. Und dann, du redest so. Okay, okay, sorry. Ich wollte nicht frech sein. Guck, das ist hier die Musik für unsere Hochzeit. Hier, siehst du? Hochzeit. Das ist André Gubben, so ein russischer Sänger, weißt du? Der Schettli Brodisch. Da, da, da. Weißt du, das ist ein super Lied. Nein, in der Hochzeit nicht stattfinden. Ist vorbei. Cancel. Eine verheiratete Frau. So, diese. Nein, vorbei. Wenn ich mit dir geh hier rein, darf nicht hier rauskommen. Geh vor dein Gehirn, vor dein System, wo dein Ohr, du hörst, dann geh rein. Guck mal hier, ich mach Backen. Guck mal. Ich geh. Du komm, ich geh. Ich komm, du geh. Ich geh, du komm. Beautiful. Warum? Warum du hast so getan? Ich habe einen Mann vor dir vorbereitet. Einen schöner, großen Mann. Und dann komm mit einem kleinen Mann. Und dann noch, du machst ein Kind. Beautiful. Hast du Sommerdusche bei dir zu Hause? Diese Dusche? Ja. Oh mein Gott. Wie lange muss ich das noch halten? Dieser ist eine Bestrafung. Du magst mir verarschen. Gib mir runter, 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 ja. Guck vor oben. Guck oben. Ja, so. Du siehst? Ja, ich habe verstanden. Ich hole ein besseres Haus. Beautiful. Guck mal, wegen dir. Mein Handy ist kaputt. Du kauf mir eine neue. Dieser ist noch mehr teuer als deine ganze hier. Okay. Ich kaufe dir ein neues Handy. Okay, gut. Wenn du willst, kaufe ich dir. Ich bin's A5. Dieser A5. Ja, ich. Du kriegst A5. Ah. Booty. Ich bin's Onkel. Du sag, es ist deine Zuhause. Ich komm hier, du bin nicht da. Äh. Deine. Kauf ihn ihm nicht zu. Der ist so. Du sag, du nenn ihn deiner Mann. Diese. Du nimm deine Kinder wie gay. Beautiful. Du bleibst hier mit mir. Du kriegst Schräge von mir. Und dann, deine komische Mann kriegt auch Schräge von mir. Du verstehst? Geh. Pop mir der Fahrrad. Sofort. Ah. Du bist ein Betruger. Nur Betruger hier. Hier. Ist hier wieder passende Zeilen. Ich muss noch ein Automat suchen. Mein Lamborghini ist jetzt in der Werkstatt. Es ist jetzt repariert. Wer hat mir Zeit an Lamborghini? Ich? Gar nicht. Ich mache viel Geld mit YouTube. Ich bin super reich. Ich habe dir doch gesagt. Ich mache für deine Frau beautiful alles. Betruger. Alle Leute sehen. Er ist Betruger. Er sagt, ich bin Betruger. Du bist ein Betruger. Du bist ein Betruger. Du willst keine Fahrrad kaufen. Von der Bahn. Aber außer Betriebsautomat. Was soll ich machen? Der Automat geht. Der Bildschirm geht. Ich kann nicht. Das ist zu modern für dich. Okay. Siehst du, es geht nicht. Funktioniert nicht? Ja. Ja, Onkel. Aber ich schwöre dir. Ich bin bester Ehemann für deine Frau beautiful. Du kannst nicht mehr. Ich sage dir. Ich sage dir. Ich bin bester Mann für sie. Ich sage dir. Du hast mir angerufen. Nein. Ich habe ein schönes Haus hier direkt in Marzahn. Warum fasst es dir nicht? Ich will Charlottenburg nicht mal sagen. Charlottenburg ist nicht gut. Ist gut. Der reiche Reuter. Leute. Ein Betruger hier. Er ist ein Betruger. Wo ist das? Hier ist deine Fahrkarte. Danke. Du bist mein Nichte vorbei. Hast du verstanden? Nein. Ich liebe deine Nichte, Onkel. Onkel, bitte. Ich liebe sie. Ich bin der beste Ehemann für sie. Ich sage dir. Nein. Geh mal hoch. Du magst mir peinlich. Was soll das? Steig mal. Steig auf. Geh. Du bist einfach. Bevor du sagst. Du bist ein Betruger. Ich bin... Ein Betruger. Er will meine Nichte nur wegen der deutschen Pass. Er hat keinen deutschen Pass. Hast du gewusst? Er hat keinen deutschen Pass. Deswegen ist er mit meiner Nichte ein Kind gemacht. Vorbei. Mein beautiful. Vorbei. Keine zusammen. Keine Haus sein. Keine gar nichts. Der Baby wartet. Ich mag Gehburger amt. Ich mag Namen streichen. Er heißt nur Baby. Wartet gestreicht. Ich bin sauer. Also die Situation ist ein bisschen traurig und komisch. Missverständnis. Ich glaube Onkel hat ein bisschen mehr erwartet. Aber... Ich habe es mehr erwartet. Nicht ein bisschen mehr. Ich habe es erwartet. Aber ich werde ihm beweisen, dass ich ein guter Schwiegersohn bin. Und dass ich für meine Frau beautiful, bester Ehemann sein kann. Ich beweise ihm das. Ich werde hoffen. Also wirklich. Ich brauche... Kamer raus. Rufe Tasi vor mir. Okay. Dead love. Halt. Stopp. Abonniere meinen Kanal. Schreib fünf Kommentare für die Trends. Massagiere Glocke, um Benachrichtigung zu aktivieren. Achille Glocke, um Benachrichtigung zu klagen. Es ist ein guter Schlaf, überholen Böckchen und performatность. Und dann gesehen. es ist das ein guter Schlaf. Es ist eine gute Rolle. Bis zum nächsten Mal.